Ihr sollt den Herrn, euren Gott, lieben und auf ihn hören. Liebt jederzeit nach seinen Ordnungen, Weisungen und Geboten. Denkt daran, was er getan hat, um euch zu erziehen. Die Älteren unter euch waren noch dabei, als der Herr, euer Gott, in Ägypten seine Macht bewies und mit starker Hand eingegriffen hat. Eure Kinder haben es nicht miterlebt. Aber ihr habt gesehen, welche gewaltigen und unfassbaren Taten der Herr in Ägypten vollbracht hat, was er mit dem Pharao, dem König von Ägypten, mit seinem Volk getan hat. Als das ägyptische Heer euch mit Reiter und Kriegswagen nachjagte, ließ er sie im Schilfmeer untergehen. Er hat sich vollständig vernichtet. Bis heute hat sich Ägypten nicht von diesem Schlag erholt. Denkt auch an alles, was der Herr euch auf dem Weg durch die Wüste erleben ließ. Ihr wart dabei, als der Taten und Abiram, die Söhne von Eliab, aus dem Stamm Ruben bestraft hat. Mitten in eurem Lager öffnete sich der Erdboden und riss die beiden in die Tiefe, mitsamt ihren Familien, ihren Zelten und allen, die zu ihnen gehörten. Mit eigenen Augen habt ihr diese gewaltigen Taten des Herrn gesehen. Lebt darum nach seinen Geboten, die ich euch heute gebe. Dann werdet ihr stark sein und das Land einnehmen, in das ihr jetzt zieht. Ihr werdet lange dort leben. Der Herr hat es euren Vorfreund euch versprochen. Es ist das Land, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. In Ägypten musstet ihr jedes Feld nach der Aussaat Milcham mit dem Schöpfband bewässern, wie ein Gemüsegarten. Das Land aber, in das ihr nun geht, wird vom Regen bewässert, der vom Himmel auf die Berge und Täler fällt. Der Herr sorgt das ganze Jahr über für dieses Land, sein Blick ist stets darauf gerichtet. Hört genau auf die Gebote, die ich euch heute gebe. Liebt den Herrn, euren Gott, dient ihm vom ganzen Herzen und mit aller Hingabe. Dann lässt es in eurem Land immer rechtzeitig im Herbst und im Frühling regnen. Und ihr könnt Getreide, Weintrauben und Elieben ernten. Ihr habt immer genug zu essen und euer Vieh grasst auf saftigen Weiden. Gebt acht, lasst euch nicht dazu verführen, dem Herrn in den Rücken zu kehren. Dient keinen anderen Göttern, betet sie nicht an. Sonst wird der Herr zornig auf euch und lässt es nicht mehr regnen, sodass auf den Feldern nichts mehr wächst. In kurzer Zeit werdet ihr umkommen und nichts mehr von dem guten Land haben, das der Herr euch jetzt liebt. Bewahrt deshalb diese Worte im Herzen. Denkt immer daran, schreibt sie zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn. Bringt die Gebote euren Kindern bei, redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Setzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stattore. Solange Himmel und Erde bestehen, werdet ihr und eure Nachkommen dann in dem Land leben können, das der Herr euren Vorfahren versprochen hat. Darum sollt ihr euch genau nach allen Geboten richten, die ich heute euch gebe. Liebt den Herrn, euren Gott, folgt immer seinen Wegen und bleibt hängen mit ihm verbunden. Wenn ihr das tut, wird der Herr alle Völker Kanneans vertreiben und euch ihr Land geben. Ihr werdet es erobern, obwohl diese Völker größer und stärker sind als ihr. Das ganze Gebiet zwischen der Wüste im Jüden und dem Libanon-Gebirge im Norden, zwischen dem Mittelmeer im Westen und dem Euphrat im Osten, wird euch gehören. Ihr werdet dort jeden Flecken Erde erobern, den ihr betretet. Niemand wird euch standhalten können. Überall wird der Herr die Menschen vor euch in Angst und Schrecken versetzen. Das hat er versprochen. Nun müsst ihr euch entscheiden. Welt zwischen Segen und Fluch. Der Herr, euer Gott, wird euch segnen, wenn ihr auf seine Gebote achtet. Doch sein Fluch trifft euch, wenn ihr nicht darauf hört, sondern vom Weg abweicht, den ich euch heute zeige. Wenn ihr anderen Göttern nachläuft, die bisher nicht einmal kanntet. Der Herr wird euch jetzt in euer neues Land bringen. Dann sollt ihr die Segensworte auf Nebek-Karisim ausrufen und die Fluchantrömen auf dem Bergeber. Wie ihr wisst, sind das die beiden Berge drüben am Rand der Jordan-Ebene, der die Kanaiter leben. Sie liegen westlich des Hauptweges bei der Eiche von Mure gegenüber von Gilgal. Ja, ihr überquert jetzt den Jordan und nehmt das Land drüben ein. Der Herr gibt euch und ihr werdet von nun an dort leben. Haltet euch deshalb genau an alle Gebote und Ordnungen, die ich euch heute sage.